so hallöchen ich wollte euch noch mal dieses ding hier zeigen da steht 7.1 channel sound drauf jetzt zeige ich euch mal was da drin ist da kommt niemals 7.1 raus niemals pass mal auf das ist alles zwei buchsen zwei leds ein paar knüppel und ein chip der eingegossen ist da kommt niemals 7.1 sound raus ich wüsste auch nicht wie man da noch was anschließen könnte um 7 lautsprecher anzuschließen oder 8 sogar das wird gar nicht gehen wird ja auch nur als zwei dinge erkannt einmal audio out und einmal mikrofon in jetzt wollte ich nur mal zeigen was in diesem ding drin steckt er funktioniert funktioniert ja so aber viel ist da nicht drin